Ey, Monte, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Das kennst du nicht. Das ist das heftigste Minecraft-Feature, was es gibt. Komm, geh einfach mal da drauf. Was willst du von mir? Und dann geh mal da rein. Was ist das? Okay, ja, easy. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Was ist das für ein Schmutz? Hast du mich in die Pfade gerauft? Ja. Wie komm ich hier raus? Du bist doch Streamer, dann musst du das doch wissen. Wie komm ich hier an den Spawn? Auf den Kippen? Vergata, ich brauch mich hierher.